Hallöchen ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem weiteren Bad von Aragami. Jo, ich hatte gehofft gehabt, dass wir oben, ähm, ja, speichern können, dass wir da weitermachen können, aber ich muss das ganze Stückchen nochmal laufen. Schade. Ja, ist schon klar. Ich hoffe, ich kriege das nochmal hin. So, lauf, lauf, lauf. Alles gut. So, Fingerleinvergrüppelung. Also, gehen wir es an. Na komm, hüpf. Und lauf, 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 lauf. Wow, nicht hängen bleiben. So, also nochmal das kleine Stückchen rauf. Ich hoffe, dass er wenigstens die ganzen Items gespeichert hat. Ich denke schon. Und hier sind wir schon. So, warten, warten. Der Blitz, ne? Der gute Blitz. Hüpf und da, da, da. So. Also nochmal rauf. Normalerweise, ich hoffe wirklich sehr, dass alles gespeichert hat. Äh, wenn nicht, das wäre doch ein wenig tragisch. Ja, lauf. So, wieder schön warten. Warten, warten. Na, wie will da rüber? Ja. Und laufen, 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 laufen. Laufen, laufen. Brav, Aragami. Sehr brav. So, wieder warten, warten. Ja, wenigstens, das kann ich schon, ne? Ist ja schon was. So, jetzt hier noch schnell an der Wand entlang und ganz, ganz schnell hoffen und beten, dass ich das nochmal hinkriege. Hui. Laufen, 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 laufen. Dass ich das nochmal hinkriege und, ähm, über die Brücke huschen kann. So, jetzt sind wir voll. Versuche ich gerade... Da müsste es doch irgendwo gehen, oder? Laufen, 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 lauf, 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 lauf. Jawohl, geschafft. Huch. Tap, tap, tap. Hier um, na bitte, jetzt ist es gespeichert, ne? Irgendwie hat es, äh, nicht gespeichert gehabt. Jetzt habe ich natürlich Angst. Hier hat er genommen. Na, Schriftrolle da drüben. Ah, na, was mach ich denn da? So, aber da hinten zeigt er mich keine mehr an, ne? Da oben weiß ich, da fehlt noch eine. Na, müsste passen, okay. Dann hat er einfach nur den Speicherstand hier nicht genommen. Also, tap, 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 tap. Lauf, lauf, lauf. Ach, ja. Schön und gut. Gut, passt. Gibt Schlimmeres. So, hü-hüpf. Also, Gradler. Hä? Wo ist denn der hin? Das soll doch eigentlich... Ah, da, jetzt ist es Kumpa, ne? Hü-hüpf. Ach so, er kann nicht hüpfen, ich Idiot. Entschuldigung, mein Fail. Äh, ja, falsches Spiel, ich weiß. Ja, Supi-Zocki. So, kann ich hier... Rauf. Nö. Ja, das habe ich wieder ganz schlau hinbekommen, ne? Vielleicht klappt es jetzt ja noch. Und, Glöckchen. Oh ja, der Kumpa, der Kumpa tut. So, den müssen wir leider ausschalten. Das ist der Dude nicht anders, dass er gehen tut. So, und... Zack. Na, mach, mach, mach. Natürlich macht er nicht. Ja, gut. Ja, gut. Das ist der Dude nicht anders. Das ist der Dude nicht anders. Da ist der Dude nicht anders. Ja. Ja, und jetzt aber. Passt zurück. In die Schatten. Mit ihm. Jawohl. Sehr gut. Passt. Das sieht man schon mal so weit so gut. So, abhieb, abmarsch hier hin. So. Und jetzt? Heißt schnell sein. Komm, 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 komm. Wird blau. Wird blau, wird blau, 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 blau. Ach, du bist ein Kack. Kackding. Blau, 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 blau. Rein da. Geht ja. Huch. Also wirklich. So. Blau, 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 blau. Wird blau. Gut. Hier vorbeihuschen ist eine andere Geschichte. Da müssen wir leider ein paar Leute wahrscheinlich ausschalten. Das wird nicht anders gehen tun. Ja, der geht schon mal seinen Weg. Jawohl. Also, hüpf. Leise, leise. Schleich, schleichi. Schleich, schleich, schleich. Wow. Wow. Hüpf. Passt. Ich dachte hier an eine Falle. Wow. In der Hoffnung, dass ich vielleicht alle drei hier rein kriege. So, das heißt, ich brauche meine lieben Schienen. Schienen. So. Jo. Geht da wieder raus? Hm. Das heißt, hier, hier. Nanu. Jawohl. Schön platzieren. Und? Und? Ich habe keine Ahnung, ob da Leute in die Falle kommen. Oh. Der war nicht da, ne? Einer? Nur einer? Hm. 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 Ich glaube, immerhin zwei. Das heißt, der Gratler ist noch da, ne? So, es müssen jetzt zwei verschwunden sein. Schaut danach aus. So, dann machen wir wieder mal den Hüpf. Wah. Psst. Was? Jetzt sieht mich da die Alte, ne? Jo. Wir haben jetzt noch eine Falle übrig, ne? Und die platzieren. Wohin? Ich habe keine Ahnung. Der Kern ist quasi jetzt mal wie... Ah! Ja. Fail. Nochmal. So. Da war ich jetzt selber schuld. Ich dachte, der ist schon um die Ecke gegangen. Äh, nix da. So, hü-hü. Warten, warten, warten. Ähm. Die sind noch da. Das ist gut. Was könnten wir denn noch nehmen? Nö, die fallen, passen schon. Komm, du hier. Jawohl. Das passt schon mal. So. Und stich, stich. Einen Schritt zurück, bitte. Und verschwinden. Jawohl. Ah ja, das kann dauern. Ach, wie schön. Das kann dauern. So, um die Ecke. Trap, trap. Bin ich da? Nee, nee. Wow. Hü-hüpf. So, jetzt noch mal. Und dieses Mal hoffe ich, dass es besser klappt. Mit der Falle. Dass ich hier mehr reinbringe. Mehr Leute. Ich habe keine Ahnung, ob der jetzt schon... Ah, jetzt geht er rüber. Wenn ich hier ein bisschen Glück habe, erwische ich jetzt drei. Der erste ist schon mal da. Der zweite. Der dritte. Der vierte. So, drei. Na, kommt noch jemand? Und weg. Scheiße, da ist noch einer. Der wird verhoffentlich nicht stören. Ich hoffe es. Gut. Wenigstens ist schon mal der weg, der hier immer fährt, links und rechts herumschwanzelt. So. Das heißt... Wow. Bitte, wer kann mich... Ah, die alte da oben. Ja, das ist wieder großartig. Das ist ja wieder mal toll. Das ist ja wieder mal toll. Jetzt ist die alte da vorn. Schön. Wir haben... Wir haben hier noch was zu suchen. Und die Frage ist, wie komme ich da schnell hin? Ich glaube... Ich glaube... So. Und so. Und so vielleicht. So, jetzt sind wir schon mal wieder hier drin. Wow. Und jetzt muss ich schauen, wo ist Rolleschrift. Äh... Müsste doch noch irgendwo eine Rolleschrift sein. Da drüben. Aha, da drüben. Prima, Donner. Mit zwei Gegnern. Wie auch so was auch sonst. So. Warten vielleicht. Bis wiederkehrend Marsch macht. Und dann versuchen, hier rüber zu hüpfen. Aber hoffentlich klappt das. Es wird mir es leider Gottes einige Versuche kosten. Fürchte ich. Wow. Okay. Nochmal. So. Da in dem Gebäude drin. Das natürlich bewacht wird. Dann bleiben wir mal hier kurz stehen. Ich hoffe, ich kann von hier aus nach da drüben. Hm. Meine Lieben. Ob sich hier eine Falle anbieten würde. Das ist ein Eck. Eventuell. Oh, Fehler gemacht. Warten. Warten. Na. Verdruckt. Ich scheiß mir an. Oder? Glaubt's noch? Wieder eingesogen? No. Ah, ich bin so dämlich. Mein blöder Kackfinger. Alter Schwede. Na, wieso denn? Wieso denn? Weil ich einmal die F-Taste weglasse, ne? Ich bin so dämlich. Es ist nicht zum Aushalten. Wär so schön gelaufen. Mensch, ey. Komm runter, du Kackding. Echt? Ja, komm her. Bei Fuß. Wie ärgerlich. Wie ärgerlich. Komm, weg mit dir. Mach ihn! Jetzt tut er wieder nicht. Keine Ahnung. Er will nicht. Er schaut ihn an. Hm. Oh, wäre schön gewesen. Oh. Hm. Schaf. Ja, du bist auch ein Schaf. Oh, Mann, ey. Aragami, hallo. Es ist nicht Montag. Du kannst heute schon was machen. Komm bitte runter. Das ist unglaublich. So, jetzt aber. So, zurück. In die Schatten. Um die Eckelein. Ja, ja. So. Hü, hüpf. Hü, blau. Hüpf. So. Wie schaut es hier um die Ecke aus? Gratler sieht mich nicht. Das ist, ja, natürlich durch Kacklicht. Ja, würdest du bitte hüpfen? So. Nochmal die Kackfalle. Ist der jetzt schon wieder vorbeigehatscht? Ich glaube noch nicht, ne? Aber jetzt. Boah, ey. Das ist jetzt nicht der Ernst. Heiler. Jetzt ärgert es mich, der langsam wird. Kann ich jetzt sein so was? Ey, verdammt. Boah, jetzt habe ich ein blödes Kackfinger. Den werde ich jetzt gleich abmontieren. So. Dann kann ich mich nicht mehr stören. Jedes Mal dasselbe, ne? Jedes Mal dasselbe. Komm her, du Gratler. Na, das ist echt zum Heulen sowas. Ja. Na, mach. So. 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 Hü, hü. 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 Hallo. So, eins, zwei, drei, vier. Das waren alle? Dann sagen wir es weg. Bis auf den Eien wieder. Der war zu weit weg. Ja, den lasse ich aber wieder stehen. Der wird mir jetzt hoffentlich nicht das Genick brechen. So, jetzt sind wir wieder da. Na, falsch. Falsch, ich muss wieder da rein. Was? Welches Arsch? Ja, den kann mich denn jetzt bitte sehen. Wo ist denn der hin? Hüpf. Alter. Lol. Na gut. Also nochmal der Spaß. Na komm. So, rein da. Hüpf, hüpf, hüpf. Und gut. So. Jetzt hier die Falle. Hüpf, 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 hüpf. Wieso? Warum? 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 Oh, diese blöde Kuh. Ich helfe sowas langsam echt kein Nerv. Ey, komm. Gibt es ja nicht sowas. Das ist so gemein. Weg mit dir. Na, es ist halt echt unfassbar. Ist das wirklich? So, mach Hüpf. Mach Hüpf. Lunge geben. So. Einmal Hüpf. Zweimal Hüpf. Und fallen. Warten, warten. Bis der Gratler vorbeihuscht. Boah, ist das scheiße. Es ist echt scheiße. Ich wollte es wenigstens schaffen, da durch raufzukommen oder wenigstens die Rolleschrift zu bekommen. Aber das wird heute nieder nix. Na, wird nix. Eins, zwei. Mehr nicht, nur zwei? Zwei. Naja. Dann muss das wohl reichen. Den einen scheint sie erwischt zu haben. Was? Warum sieht mich von da drüben jetzt? Die alte Schwede, ne? So. So, das darf ich nicht. Ich bin so dämlich. Immer will ich da raus. Da darf ich nicht raus. Na, ist ja logisch, ne? Dass mir jetzt wieder die Schattenenergie ausgeht, die dreckige... Schau dir die blöde Kuh an. Dann muss ich da echt warten, oder was? Hoffentlich haut das hin. Gut. Das hat ihn gehauen. So. So. Hier hüpf. Hier hüpf. Jawohl. Da ist sie. Wow, ey. Geschafft. Wir haben die dritte. Sehr gut. Oder die letzte, besser gesagt. Ich glaube, das müsste die letzte sein. Jetzt ist, glaube ich, nur noch ein Schrein irgendwo in der Nähe und unser Endziel. Wie wir da hinkommen tun, ist mir noch ein bisschen ein Rätsel. Wow. Okay. Ist mir, wie gesagt, noch ein kleines Rätsel. Keine Ahnung. Vor allem mit all diesen Kackwachen, ne? Ich bräuchte mal eine Aussicht. So, wenn ich mich da hinten beim Wagen deliputiere, da nach vor, da sind auch keine Wachen mehr, ne? Da klebst eigentlich nur der eine rum. Okay. Warte, mich runtergefallen. Das wollte ich jetzt natürlich auch nicht. Vertrifft sie mich? Hör auf. Und ab durch die Mitte. Wow. Wow. Und? Den nehme ich jetzt aber. Das ist mir wurscht. Jetzt geht es da noch weiter. Hör auf. Deaktiviere die Lichtbarrieren. Joa. Klar. Null Problemu. Gibt es hier zufälligerweise Rolleschrifts. Na? Ich sehe keine. Okay. Großartig. So. Es war hier auch kein Speicherdingens, oder? Wo soll der was sein? Da oben. Aha. Okay. Oh. Das sind Leute. So. Das ist halt, wenn man nicht weiß, wo man da am besten lang soll, ne? Ich habe noch Fallen, ne? Ja. 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 Ich sehe den einen gerade nicht. Oh. Und tschüss. Okay. Wow. Das hat hingehauen. Gut. Ähm. So. Die sind mal unschädlich gemacht. So. Wie kommen wir jetzt da rüber? Wie kommen wir jetzt da rüber? So. Hinter denen? Überhaupt Bogenschütz. Zusätzlich oder was? Hahaha. Hahaha. Hm. 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 Ich traue mich mittlerweile nicht mehr, irgendwann zu ermorden. Weil ich Angst habe, dass die Gratlerin mich da erwischt. Die ist da vorne, die eine... Aha, da vorne ist die eine Kugel. Wow, ey. Ah, hier. Aha. Aha. Da wäre schon bald ein Kunai gut, oder? Kunai. Wo ist sie denn? Da. Aha. Oder ich lasse ihn einfach weggehen und versuche, die Kugel zu zerstören. Hoffentlich versaue ich das nicht. So, und jetzt wieder zurück, ne? Aber hier wird es keinen schnelleren Weg geben, ne? Nö. Gut. Oh Gottchen, wie soll ich denn da wieder zurückkommen? Vor allem heile. Ja, war klar. Das... Puh. Okay. Das ist direkt wie die Lichtbarriere. Au. Puh. Okay. Okay. Okay, das ist nett. Das ist nett. Das ist sogar sehr nett. Ja, aha. Okay. Von hier aus tut er mich sehen. Alles klar. Okay. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass ich gerade die falsche Seite gewählt habe. Hm. Nö. Dass ich von hier aus darauf hätte müssen, kann ich mir auch gut vorstellen. Er hilft halt auch nicht, ne? Wie er könnte und sollte. Na, das... Das Licht und so. Er hat nie Schatten. Und er will nicht. Er hat... Ich meine, er hat einen Schatten. Einen kompletten... Tch. Keine Frage. Hü. Hü. Sobald der Blitz da ist, ist schon... Hat man schon... Eigentlich ist schon vorbei. So. 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 Was? Ja, okay. Das heißt, den muss ich umbringen. Der ist voll im Weg. Okay. Der ist voll im Weg. Den müssen wir leider killen. Ich schätze mit einem Kunai. Uh. Habe ich das Kunai überhaupt ausgelöstet? Ja. Oh je. Okay. Hm. Aber für das Kunai muss ich hier leider auch stehen, ne? Abgesehen davon, dass es irgendwie nicht zu klappen scheint. Ja, das vergisst es. Ich versuchte... Ich probiere da gerade echt irgendwie. Ich glaube, das habe ich verkehrt gemacht. Ich hätte es andersrum wieder einmal leichter gehabt. Was soll ich das denn bitte wissen? Da steht ja nicht. Mach den zuerst. Sauerei. Echt. Wow. Die Gratlerin. Komm, schau mal anders hin. Ich bin ja schon überlegen, ob ich die echt ausschalten sollte. Die zwei. Damit ich quasi Ruhe habe. Ich überlege gerade, wie war das? Da gab es ja noch eine Falle, ne? Die sich irgendwie dann betäubt, ne? War das... Das war... Äh. Ich kann schon wieder durchlesen, glaube ich, die Fähigkeiten, ne? Weil ich sie dann mal sauer vergessen habe. Na nü. Darf ich nicht? Aber da. Fähigkeiten. Können mich nicht hören, solange das aktiv ist, könnte er explodieren. Das war Sakaku. Ja, genau. Genau. Äh. So. Jawohl. Genau. Äh. Das war schon richtig. Das war schon richtig. Hat das jetzt hingehauen? Das war schon mal. Ich wieder. Das war schon. Das war schon. Ja ich habe es gemacht. Okay. Das war schon. Das war schon. So, der muss weg. So, gut, die Falle war für A und F. Den wäre echt schön, mit dem Kuhnay umzuhauen. Wieso geht denn das nimmer? Ah, jetzt auch. Das war nicht so schlau. Ne, das ist ein Blödsinn, glaube ich. Machen wir nochmal. Machen wir nochmal. Die zwei muss ich stehen lassen, am besten. Na komm, hüpf. Und den Kerl da drüben. Kommt der her schon? Noch nicht? Wow. Die blöde Kratterin. So, den da unten. Wow. Ach, deinen Entsorgen. Wow, geh einfach weiter, bitte. Wenigstens gehen. Okay, das hätten wir schon mal. Hüpf, hüpf. In die Schatten. Gut, sehr gut. Wow, Alter. So. Man kann es sich selber schon ganz schön unnötig schwer machen, ne? So. So. Ich hüpf. So. Darüber. Und gespeichert. Sehe ich das richtig? Gespeichert, ne? Wie schön. Hier geht's auch. Oh. Ich kann mich da überall sehen. Oh je. Ja, klar. Ich hoffe, es hat wirklich gespeichert. Ja, Gott sei Dank. Okay, von der Seite aus hier wird's echt schwer. Also war es vielleicht doch nicht so schlecht, die Idee. Zuerst drüben zu machen. Die ist da oben. Die ist da oben. Aha, dahinten geht's raus. Oder weiter. Oder rüber. Wie auch immer. Ah, nein, da ist nur Wasser. Okay, das klappt auch nicht. Wow. Das war auch nicht schlau. Von mir. Ich will nur darüber. Wow. Ich glaube, hier wäre eine Falle gut angebracht. Okay. Einer. Zwei. Vielleicht noch ein dritter. Nö. Zwei sind auch gut. Zwei sind auch gut. So. Dann glucken wir doch mal, ne? Hm. Wie könnte das klappen? Ich habe keine Ahnung. So, vielleicht? Wow. Das war Glück, ne? Oh, der Part hat Überlänge und ist zu Ende. Ihr Lieben, das war's wieder für heute. Entschuldigung, Flatter konzentrieren. Wieder mal die Zeit übersehen. Es tut mir sehr, sehr leid. Ich wünsche euch auf jeden Fall, äh, nein, ich wünsche, ja, auch, ich wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, weil ihr das Video schaut und bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.